Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute Morgen, als ich gemeinsam mit meiner Frau, wie im Grunde jeden Morgen mit einem gemeinsamen Kaffee, auch den Sonntag gestartet habe, bin ich dann als erstes immer schon mal dabei, so meine Mails zu checken. Ich schaue mal, ja, was ist bei Instagram los? Wer von euch hat mir geschrieben? Wer hat eine Frage? Wem kann ich weiterhelfen? Und zum Schluss lasse ich das Ganze dann immer ausklingen bei Facebook. Und natürlich habe auch ich bei Facebook neben den Informationen zu neuen Nachrichten oder zu Likes, zu Kommentaren, dann auch was Neues im Vorschlagsfenster. Du kriegst einen neuen Feed angezeigt. Oder wie auch immer sich das heute nennt. Und unter anderem war dort ein Spruch einer lustigen Spruchseite. Ist ja immer schön, liest man sich ja durch, denkt mal, ja, mit so einem lustigen Spruch startest du doch viel besser in den Tag. Und der Spruch, der lautete, ich bin so alt, bei mir hießen Influencer noch Bettler. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, im ersten Moment habe ich mich selbst dabei ertappt, wie ich das lustig fand. Also ich bin ja auch nicht mehr 20, also vielleicht 21 oder 22 und habe mich dann selbst dabei ertappt, wie ich so ein Schmunzeln auf dem Gesicht habe. Kennt ihr vielleicht, ne? Wenn euch so einen Spruch durchlesen, dann denkt ihr so, hm, Mensch, ja, ist ja ganz lustig, ne? Habe dann mit dem Post mal angeguckt, habe gesehen, Mensch, 179 Kommentare, ja? Und dachte, ist ja interessant, ne? Was schreiben denn so die anderen dazu? Ja, ich habe jetzt erwartet, dass einer schreibt, ja, Mensch, ich bin auch schon 40 plus. Und Mensch, diese ganzen Begriffe und sowas, kann ja heute kein Mensch mehr was mit anfangen. Allerdings ging das Ganze in eine ganz, ganz andere Richtung, die mich erst entsetzen ließ und dann war ich tatsächlich selber ein bisschen angefressen und zum Schluss war eigentlich nur noch Mitleid übrig. Und zwar Mitleid für die ganzen Kommentarschreiber. Und im Grunde hat dann genau diese 179 Kommentare haben mich dazu veranlasst, das heutige Video für euch zu machen. Ich möchte euch in diesem Video ganz einfach mal meinen Standpunkt zu genau solchen Äußerungen und auch zu solchen Ansichten mitteilen. Und natürlich auch ein bisschen aus meiner Erfahrung, denn im Grunde, ja, ich kann es ja gar nicht leugnen, bin ich auch schon sowas irgendwie wie so ein Influencer, ja? Aber sind die Influencer tatsächlich die Bettler? Und was gibt denn dieser Begriff Bettler überhaupt mit sich? Wenn ihr all das mit mir mal besprechen wollt, ich sage euch meine Meinung und ihr schreibt mir eure dann in die Kommentare. Dann bleibt dran, denn genau das machen wir in diesem Video. Damit ihr also überhaupt erst mal wisst, worum geht es denn? Was hat er denn schon wieder sich durchgelesen? Ja, was hat ihn denn so entsetzen lassen? Möchte ich euch das Ganze mal in Form einiger ausgewählter Kommentare. Keine Angst, ich lese euch jetzt nicht 179 Kommentare vor, sondern im Grunde, was die Leute darauf kommentiert haben. Wie gesagt, ich hatte mir ja den Spruch auch durchgelesen, ja, also ich bin schon so alt, bei mir waren Influencer noch Bettler. Was ja im Kern aussagt, ist, dass alle sogenannten heutigen Influencer, also Leute, die ja quasi auf sozialen Medien unterwegs sind, sei es Instagram oder auch ja YouTube, wie bei mir auf dem Kanal, ja, sind irgendwie Schmorzer, ne? Also die können nichts, sie haben nichts und verdienen mit wenig Arbeit sehr, sehr viel Geld. Ja, das ist ja leider ein Volksglaube, der so ein bisschen vorherrscht, gerade bei den, ja, heutigen Influencern. Ja, und dann habe ich mir die ersten Kommentare durchgelesen und dachte so, hu, ja, das ist schon heftig, ne? Ich lese euch mal so ein bisschen ein paar gesammelte Kommentare und zwei, drei ausgesuchte vor. Und zwar schrieben die einen oder anderen unter dem Hashtag dann Bettler. Ja, also ihre Meinung ist, ja, ein heutiger Influencer ist einfach ein Bettler. Ja, dann Influencer, ja, also nicht Influencer, sondern Influencer, ja, also alles Influencer, machen ja auch nichts heutzutage. Assis, Umsonstler, Stimmt oder auch Influencer, sollen die arbeiten gehen, ja? Also jedem, der solch einen Kommentar schreibt, sollen die arbeiten gehen, empfehle ich, sollen die in die Schule gehen. Und zu Ende machen vielleicht auch. Das sind Leute, die zu dumm sind zu lernen und zu arbeiten. Boah, gewagter Kommentar. Kommen wir nachher noch zu. Faulpelze klingt besser. In Bayern ist zur faule Sau. Punkt. Schreibt dann jemand. Ich gehe mal davon aus, aus Bayern. Und ich gehe auch davon aus, dass er nicht die bayerische Bevölkerung, die Bayern, das Wort, das Sprachwort der Bayern ist, sondern ein Einzelfall. Also hoffe ich. Name ist auch egal, Prinzip bleibt gleich. Schnorrer und Wichtigtuer. Oder doch eher Arbeitslose. Oder Nasshauer. Jo, aber die Welt muss leben. Und Keller asseln, sterben nie aus. Oder besser besser und bekamen auf die Fresse. Heute werden sie angehimmelt. Boah, kennt man ja jeden. So diesen Proll aus der Schule. Kennt ihr den? Jeder, der eine andere Meinung hat, wird sofort in der Ecke geschopst. Das Essengeld wird abgezogen und kriegst gleich ein paar. Ja, ist leider wahrscheinlich nicht so richtig was draus geworden nachher im Berufsleben. Dann, das sind so kleine Sachen, über die siehst du hinweg. Das gibt so ein Lächeln. Da gibt es noch ein paar Kommentare, die ich euch wirklich vorlesen möchte, weil die finde ich wirklich bedenklich. Und da war es nachher bei mir dann so, dass ich Mitleid für die Leute tatsächlich hatte, die das geschrieben haben. Also, ich lese euch mal einen vor. Zahlen diese sogenannten Influencer eigentlich Steuern, Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherungen und Rentenversicherungen? Wäre doch mal interessant zu wissen. Und wer kontrolliert das? Ja, das kennt man ja. Seht ihr ja auch immer, wenn ich jetzt ein Video aufnehme, dann kommt ihr zu mir ins Studio, steht draußen auf. Ich gebe euch das Video auf so einen Stick. Kennt ihr noch aus der Sesamstraße? Schreibt mir mal runter, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie der hieß. Kennt ihr den, der mal ankommt und sagt, psst, brauchst du ein U? Kennt ihr den noch? Ja, schreibt mir mal runter, wie der hieß, ich habe es gerade vergessen. Ja, so ähnlich wäre das ja. Also, ich gebe euch den Stick mit meinem neuen Video und ihr gebt mir so einen Umschlag mit Geld. Weiß das Finanzamt nichts von. Influencer, ihr Lieben, ich sage es euch, der musste werden. Was für ein sinnloser Kommentar. So, und dann der nächste Kommentar. Andere haben drei Arbeiten und quälen sich den Tag rum wegen Haushalt und Kinder oder sonst was. Und die möchte gerne Gameplayer oder sonst was, kennen das nicht mehr und schnurren Geld durch die sogenannten Abos oder Donation. Was heißt Donation? Könnt ihr auch mal ein bisschen deutsch bleiben? Schwach sind alles. Aber naja, wer mag? Ja, Donation, kennt man. Es ist nicht so schwierig, zumindest wenn man es bis zur achten Klasse geschafft hat, denn auch da gab es ja schon Englisch. Ja, dann gehört das so in den Grundwortschatz, der auch in Deutschland, deutschen Schulen ja vermittelt wird. Und natürlich Influencer, kennt man ja. Das sind die, die keine Kinder haben, keinen Haushalt und nichts, um das sie sich kümmern müssen. Die sind im Hotel und das wahrscheinlich umsonst durch das Hotel, kennt man ja. Ganz klassischer Influencer. Ja, ihr Lieben, auch ganz gruselig. Und jetzt noch einen Kommentar, den ich wirklich, den fand ich zum Schluss schon wieder erheiternd. Da sage ich euch auch gleich warum. Und dann sprechen wir mal über dieses Influencer und was ich von dem Begriff Bettler halte. So, das ist wohl wahr. Ich frage mich, wo das alles noch hinführen soll. Da sehe ich auf YouTube ein Filmchen, wo eine Frau Fürze in Flaschen abfüllt und verkauft. Für sehr viel Geld. Davon lebt sie fantastisch. Gestern sehe ich einen Beitrag, wo ein junges Mädchen für Geld in die Kamera röpst. Monatliche Einnahmen dafür mindestens 3000 Euro. Da gibt es viele Beispiele. Die jungen Leute wollen keine Überstunden mehr machen. Bei gleichem Geld nur noch vier Tage arbeiten und so weiter. Aber es hat sich nichts daran geändert, dass Wohlstand auch erarbeitet werden muss. Da diese ganze Influencer ja aber lieber auf Straßen festkleben oder freitags über die Zukunft der Welt die Schule schwänzen, sinkt das Bildungsniveau immer weiter. Liebe Kommentare-Schreiberinnen, Kommentare-Schreiber, wer das nachlesen will, ich verlinke euch natürlich diesen ganzen Facebook-Post. Du musst dir über sinkendes Niveau in deiner Situation keine Sorgen machen. Denn viel tiefer geht nur mit Bücken als dein Kommentar, den du hier geschrieben hast. Tja, und darüber hinaus hat das Ganze, habe ich euch gesagt, bei mir für ein bisschen Erheiterung gesorgt. Denn ich frage mich ganz ehrlich, wenn ihr YouTube aufmacht, schreibt es mir mal unten in die Videokommentare. Aber was kriegt ihr angezeigt, wenn ihr YouTube aufmacht? Macht mal die Startseite auf, schreibt mir unten in die Videokommentare, was wird euch angezeigt? Denn ich stelle mir die Frage, ich bekomme zum Beispiel Objektivtests angezeigt, neue Kameras angezeigt, Fotowalks von Leuten, denen ich folge, angezeigt. Was ich nicht bekomme, sind Videos über Leute, die in Flaschen furzen und das verkaufen. Also was muss man im Internet gegoogelt haben, beziehungsweise sich angesehen haben, damit man solche Videos angezeigt bekommt? Und was muss mit einem selber nicht stimmen, wenn man sich das Video anguckt? Dann erfährt, wie viel tausend Euro derjenige verdient und sich dann noch darüber echauffiert. Ja, ihr versteht meine Erheiterung. So, das ist so viel zu den Kommentaren. Ich habe mir mal tatsächlich die fragwürdigsten hier mal ein bisschen rausgesucht. Kommen wir erstmal grundlegend zu, bevor wir zu den Influencern kommen, zu dem Begriff Bettler. Auch hier erlebt es ganz oft, dass gerade im Netz so dieses Bettler, wer auf der Straße lebt, wer dieser klassische, ich sage mal der klassische Bettler. Der sitzt auf der Straße, hat da seinen Teller hingestellt, seine Schale hingestellt und sitzt, sieht ein bisschen abgerockt aus und bettelt um Geld für was zu essen, für seinen Hund. Meist haben sie einen Hund daneben und bettelt jetzt da drum. So, jetzt gehen viele vorbei und viele, viele sind leider auch der Meinung, ja, so ein Assi soll lieber arbeiten gehen, hier lebt auf unsere Kosten. Wisst ihr, was die meisten machen? Die leben nicht auf eure Kosten, sondern die haben sich. Wenn sie nicht sogar einen extrem, extrem einschneidenden Schicksalsschlag in ihrem Leben hatten, dann haben die sich sehr bewusst für diese Lebensweise entschieden. Ja, bei vielen ist es tatsächlich so, auch ich habe mich zum Beispiel bei der Screed-Fotografie schon mal mit dem einen oder anderen auch unterhalten. Und da erfahrt ihr Geschichten, da erfahrt ihr Storys, Schicksalsschläge, ja, da müsst ihr erstmal schlucken, wenn ihr nach Hause geht. Und jeder, der jetzt abwertend dann darüber spricht, der kann sich bei mir nicht schneller disqualifizieren. Und selbst wenn jemand sich dafür entscheidet, wo ist denn euer Problem? Wer mit mir in Hamburg war, auf dem Fotowalk, der weiß, wir sind an jemanden vorbeigekommen, der saß mit dem Hund auf einer Decke, dem war kalt, das hat man gesehen, der hat eine Schüssel gehabt. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir eine Tasche gegriffen, habe geguckt, was hast du an Kleingeld dabei? Und das, so wie ich es hatte, das waren, ich habe es nicht nachgezählt, 8, 10 Euro gefühlt, habe ich ihm reingepackt. Ich sage, pass auf, Junge, kauft ihr was Warmes oder kauft dem Hund was oder was auch immer. Und wenn er sich im Endeffekt dafür Drogen kauft, dann ist das auch sein Problem. Leben, aber das ist nicht mein Problem, das ist seine höchstpersönliche Lebensentscheidung. Und wenn das für ihn okay ist, dass er so lebt und dass er von Bürgern, die vorbeikommen, Geld bekommt, eine Spende bekommt, dann ist das okay. Dann ist das seine Entscheidung und habt ihr nichts, auch überhaupt gar nichts mitzureden. Denn ihr wisst weder, wie er dahin gekommen ist, ihr wisst, wie er lebt und jeder, der das mokiert, ja, guck mal, die Bettler habe ich zusammengerechnet, guck mal, der hat mir 2 Euro gegeben, der hat wahrscheinlich eine Stunde, der hat 200 Euro. Wisst ihr was? Dann setzt euch da hin und dann bettelt. Wenn ihr das gleiche Leben führen wollt wie die, wenn ihr im Winter nicht wissen wollt, wo kriege ich was zu essen her, wo kann ich schlafen, weil ich habe keine Wohnung. Und wisst ihr, wie viele Obdachlose es gibt, die unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten sind? Ich rede jetzt nicht von denen, die, keine Ahnung, irgendwo tatsächlich dann vorsätzlich da reingeraten sind. Aber auch das sind Menschen. Auch das sind Menschen und keiner sollte auf der Straße leben. Deshalb das als Grundeinstellung für den Begriff Bettler. Ja, viele machen das ja so abwertend. Ja, ich arbeite 40 Stunden, guck mal, der hat, der schnort hier. Lass ihn doch schnoren. Vielleicht hat er sich entschieden, vielleicht hat er eine gesundheitliche Einschränkung, vielleicht will er auch das System so nicht annehmen, wie es ist. Das ist doch seine Entscheidung. Lass ihn das doch entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die er fürs Leben getroffen hat. Und wenn das für ihn nach hinten raus, durch gesundheitliche Einschränkungen, weil er da den ganzen Tag draußen sitzt, gesundheitliche Einschränkungen haben wird, dann ist das so. Dann muss auch er damit leben. Vielleicht stirbt er mit 40, weil er da gesessen hat. Vielleicht hat er irgendeine Angelkrankheit, die ihn dahin gebracht hat. Vielleicht ein Schicksalsschlag, irgendetwas. Dann ist das jedem sein Problem. Und wenn er meint, er muss sich am Tag drei so eine Bullen reinziehen, ist das sein Problem. Dann ist das nicht euer Problem. Und dann abwertend über jemanden zu urteilen, wo man nichts, nichts über die Schicksalsschläge kennt. Natürlich, es gibt auch, da stecken auch mafiöse Geschichten in manchen Stadtbezirken. Alles keine Frage. Aber dann seid ihr doch selber dabei, um zu entscheiden, gebe ich ihm jetzt einen Euro, gebe ich ihm zwei. Darüber zu urteilen, wie ist er da hingekommen. Warum macht er das? Das steht euch nicht zu. Und wer so eine Äußerung auch bei mir, gegenüber mir tätigt, der disqualifiziert sich tatsächlich bei mir sofort persönlich. Ist so. Das mal zum kleinen Begriff Bettler. So, jetzt kommen wir mal zu den Faulencern, zu den modernen Bettlern, den Influencern. Ihr habt ja hier rausgelesen, die Allgemeinmeinung in dieser Gruppe zumindest ist ja, dass ein Influencer jemand ist, der dumm ist, der nichts kann, der für wenig Arbeit viel zu viel Geld bekommt. So, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, und leider ist das natürlich, dass genau solch ein Blickwinkel, der wird natürlich geschaffen durch, ich sag mal, das Hartz-IV-TV. Ich kenne ja diese tollen Reportagen, wo dann diejenigen, die tatsächlich zu Hause sitzen, warum auch immer, dann irgendeine heile Welt vorgegaukelt bekommen. Und dann wird ihnen erzählt, ja, so ein Influencer, der Millionen verdient, der macht dafür gar nichts. Ich kann euch sagen, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, und nicht nur aus eigener Erfahrung, weil ich jetzt, sag ich mal, einen YouTube-Kanal betreibe, sondern aus eigener Erfahrung, aus 25 Jahren selbstständiger Tätigkeit. Jeder, aber auch jeder, kann sein Schicksal, sein Glück selber in die Hand nehmen. Das ist wie der Bettler, der draußen sitzt und sagt, du, ich finde das gut, ich sitze hier, vielleicht darf ich auch unter Brücke, ist mein Ding, habe ich, ist mein Ding. Und genauso kannst du dich entscheiden, ob du vielleicht eine Karriere als heutiger Influencer starten möchtest. Und eins kann ich dir sagen, jeder, der es an diese Spitze geschafft hat, wo man vielleicht etwas mehr Geld verdient wie jeder andere, der ist da mit viel Herzblut und verdammt viel Zeit mit drin. Denn dieses, oh, ich mache ein Videochen und dann lade ich das mal hoch und dann klicken das 3000, damit kennt dich keiner, damit erreichst du keine Reichweite. Da musst du beharrlich sein, du musst viel, viel Arbeitszeit, viel Schweiß, viel Enthusiasmus mit reinstecken, damit du irgendwann vielleicht da oben landest, wo eine Hand voll landet. Das ist so wie mit den Promis in Hollywood. Da gibt es im Grunde ja so eine Hand voll. Die haben Millionengagen. Wie viele brotlose Schauspieler gibt es aber? Von denen spricht keiner. Und so ähnlich ist es bei den Influencern. Und alle, die im Grunde ja auch diese Influencer gucken, dann im Grunde guckt euch jemand an und sagt, ach, guck mal hier, der hat da schon wieder irgendeine Schminke vorgestellt oder irgendwas. Ja, aber ihr guckt es an. Ihr guckt es an, weil es euch, selbst wenn es euch keinen Mehrwert bietet in Form von einem Review, einem Produkttest, aber zumindestens habt ihr einen Unterhaltungswert. Und den nehmt ihr mit. Den nehmt ihr kostenlos mit. Beklagt euch dann aber. Ja, so viele gucken sich das an. Das heißt, solche Äußerungen, das sind Bettler, die machen nichts und die können nichts. Ihr Lieben, es mag vielleicht welche geben, auch unter den Influencern, die vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sind. Sagen wir es mal so. Aber leider gibt es gerade auch unter denen, die das dann neiden, viel mehr von denen, die sehr, sehr einfach gestrickt sind. Und die haben dann so eine gefährliche Mischung aus Unwissenheit und Neid. Und Neid ist in diesem Fall natürlich so eine, das ist eine tickende Zeitbombe, ja. Das kennt man. Und Neid ist ja kein Problem aus der heutigen Zeit. Ja, Neid kennt man. Die Steinzeitmenschen, die haben sich schon gegenseitig mit der Keule auf den Kopf gehauen, weil die einen hatten nur eine kleine Höhle und die anderen hatten eine große und da hatten sie eine tolle Aufsicht auf die Sonne und die kamen immer rein. Da war das abends und morgens schön warm und die anderen haben gefroren und haben sich entschlossen, jetzt nehmen wir eine Keule und wir wollen die Höhle. So, ja, Neid. Ja, ist in der Menschheit ja nichts Neues, ist leider ein Problem. Können wir auch nicht ausrotten heute. Ich persönlich würde von mir tatsächlich sogar behaupten, dass ich absolut neidfrei bin. Ich gönne jedem das, was er durch eigene Arbeit schafft, zu erreichen. Ja, das ist auch ein Phänomen, zum Beispiel, wenn wir über einen großen Teich gucken, wenn dort Influencer oder auch YouTuber, die kaufen sich den neuesten Porsche. Ja, was würde bei uns in Deutschland passieren? Wenn du den präsentierst, wenn du nicht irgendwie aus der Rapper-Szene kommst, dann sagen die, ach, guck mal hier, ja, ja, das ist klar, durch unser Geld. Wir haben das geguckt, jetzt haben wir dreimal sein Video gehypt, jetzt verdient er Millionen, hat so ein, nee, den Debo abonniere ich und jedes weitere Video kriegt Support auch einen Daumen runter. Wisst ihr, wie das über sie läuft oder auch in anderen Kulturen? Da werden die gehypt dafür, die werden gefeiert, weil die Leute genau wissen, pass auf, der hat es erreicht. Der hat es erreicht im Leben und der hat uns gezeigt, der hat vielleicht ganz klein angefangen, ist dann ganz groß rausgekommen, weil er viel, viel Arbeit da reingesteckt hat. Und das liegt ja an jedem selber, ob du so viel Arbeit in solch eine Sache stecken willst, ob du vielleicht das Gleiche machen möchtest. Vielleicht hast du Pech, du hast ein Radio-Gesicht, dann wird es vielleicht nicht so gut laufen oder vielleicht läuft es auch gerade deshalb dann bei dir gut. Probier es doch mal aus, bevor du solche Sachen über andere in die Welt setzt. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, solch ein Video zum Beispiel wie dieses hier jetzt aufzunehmen, das kostet extrem viel Zeit, extrem viel Mühe, extrem viel Aufwand, auch technisch. Ich höre es ja bei mir mal, weil ich mal knacken im Mikrofon ab, ja, was ist denn da mit deinem Ton schon wieder los, was stimmt denn da nicht? Ja, das muss alles high-end sein, damit im Endeffekt jemand, ein Zuschauer, der dein Video sieht, kostenlos sieht, wie bei mir zum Beispiel auf YouTube, damit der einen Mehrwert bekommt, eine Dienstleistung bekommt und die ist kostenlos. Und wenn es dann tatsächlich mal so ist, dass mir, mir oder jemandem anders, jemand dann zum Beispiel etwas schickt, natürlich ist es so, dass die Firmen das nutzen, meine Reichweite. Ihr schaut euch ein Video an und sagt, Mensch, wenn der Rico was erzählt, dann sagt er natürlich auch, ihr kennt meine Videos, das ist gut, das ist vielleicht nicht so gut und dann überlasse ich es euch zu entscheiden, ja, ist das vielleicht, wenn ich ein Produkt vorstelle, ein Produkt, was dich interessieren könnte. Und auch da müsst ihr von wegkommen, gerade wenn ihr was vorgestellt bekommt und das ist ja so ein Konsumproblem, das liegt ja im Grunde an euch selber, ja, also jeder, der ein Video schaut, sich ein Werbeclip anschaut und denkt, ja, Mensch, diese tolle Creme, die wäre aber super für mich, ne, da sehe ich doch 25 Jahre jünger aus. Ja, das ist aber euer Problem, was ihr selbst entscheiden müsst. Im Grunde, auch ich schaue mir ab und an mal ein Werbevideo an, also ein YouTube-Video, wo etwas vorgestellt wird, das ist aber, weil ich das Produkt vielleicht selber kaufen möchte und ich möchte mir mal eine dritte Meinung holen oder eine vierte oder eine fünfte. Schau mir zwei, drei Videos an. Dann versuche ich mir daraus eine eigene Meinung zu bilden und dann ist das so. Und viele denken dann, ach, guck mal, da hat er auch Geld, hat er dafür gekriegt. Leute, das könnt ihr euch abschminken. Nicht mal die ganz Großen, es gibt natürlich ein paar, die haben Millionen Aufrufe. Da ist eine Firma und sagt, pass auf, wenn du das vorstellst, was du hast, die und die Reichweite, stell es mal nicht vor. Natürlich gibt es die. Also ich würde die tatsächlich sogar eher als schwarze Schafe bezeichnen, aber diese schwarzen Schafe, die alles schön reden, die nicht realistisch sind und seid mal ganz ehrlich, die habt ihr doch bei euch im Berufsleben auch. Es gibt doch immer den einen Kollegen, währenddessen ihr noch auf Arbeit seid oder euren Job zu Ende macht und sagt, komm, naja, die halbe Überstunde machst du jetzt noch, weil es muss fertig werden, mein Schreibtisch muss leer, die Mauer muss zu Ende gemauert werden, das Brötchen muss noch gebacken werden. Gibt es einen Kollegen, der schon zu Hause sitzt oder gar nicht erst gekommen ist, weil heute Morgen ist mir aber nicht so gut, weil ich gestern zwei über den Durst getrunken habe. Kennt ihr doch alle so einen Kollegen. Genauso ist es natürlich in jeder Szene. Das ist überall so. Ob das bei den Influencern ist, ob das auf einem normalen Arbeitswege ist, die habt ihr doch immer. Da liegt es auch aber an euch, das Ganze rauszufiltern. Und selbst wenn die dann ihren Weg gehen, und das kennt ihr ja manchmal, der wird befördert, der hat hier 50 Krankentage letztes Jahr gehabt, ich war jeden Tag da, der wurde befördert, dann hat er was anders gemacht wie du. Ja, musstest vielleicht mal sehen, wo liegt dann da bei dir das Problem. Deswegen aber neidisch zu sein, finde ich schwierig. Dann, ja, dann bleibst du jetzt auch 50 Tage zu Hause und hoffst, dass du auch befördert wirst oder guckst, dass du einen anderen Wegeinstiegs und genau das liegt ja an jedem selber. Das heißt, wie erfolgreich ihr im Leben seid, Leute, das klopft niemand an eurer Tür und das sage ich euch, 25 Jahre Berufserfahrung als selbstständiger Unternehmer. Kann ich euch sagen, es kommt niemand an die Tür, klopft und sagt, hier habe ich einen Koffer Geld, sieh zu, was du damit anfangen kannst. Vielleicht wenn du Lotto spielst, passiert das, aber es ist halt exorbitant hoch die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Sondern du musst dich bewegen. Du musst dich bewegen. Du musst gucken, wenn du im Leben was machen willst und wenn du dann dich bewegst und Zeit investierst, wirst du auch in den meisten Fällen, manchmal ist es auch zum Scheitern verurteilt. Das ist so, aber auch das, so spielt das Leben. So ist das Leben und vielleicht sitzt du dann neben dem, dem du eben noch gesagt hast, dem gebe ich doch keinen Euro, weil es ist ein Bettler und plötzlich sitzt du daneben, weil du die Insolvenz hingelegt hast, weil dein Haus weg ist, Familie ist weg oder was auch immer, du hast noch einen Krankheitsschlag dazu bekommen, ins Gesicht und plötzlich sitzt du da und bist verzweifelt und sagst, mein Leben, was soll's. Also ihr Lieben, denkt drüber nach, diese Einstellung, diese Vorstellung, Influencer legen da keine Zeit rein, die kriegen alles geschenkt, das könnt ihr vergessen und selbst wenn du ein Produkt mal bekommst und du darfst es behalten, was machst du denn mit dem Produkt? Was willst du damit machen? Nimmst du jetzt dein Produkt, du kriegst ein Objektiv, ein Videolicht und dann gehst du morgens zum Bett und sagst, super, meine Kinder hätten morgen gerne wieder Frühstücksbrot, ich hätte gern zwei Brote, als Gegenleistung habe ich natürlich kein Geld, weil ich habe aber eine super Videolappe, wollen sie die haben, irgendwie können wir da ein Deal eingehen. Das wäre genau das gleiche, als wenn wir bleiben jetzt ohne die Berufsgruppe irgendwie jetzt persönlich, ich nehme es jetzt wirklich nur als Beispiel, die Fahrverkäuferin in der Bäckerei, die steht jetzt den ganzen Tag hinterm Tresen und abends kommt der Chef und sagt, hast du super gemacht, du hast auch die teuren Brötchen empfohlen und das teure Brot, was sonst keiner genommen hätte, als Entlohnung kannst du dir zwei von den teuren Broten mitnehmen. Dann wirst du sagen, super, damit kann ich was essen, aber wie bezahle ich meine Miete? Und genau so läuft es. Schlagt mal den Begriff nach Barter Deal. 99,9 Prozent, es sei denn, du hast Millionen von Followern, solche Kooperationen laufen im Bereich Barter Deal. Ich verlinke euch das mal, könnt ihr euch reingucken, ich verlinke euch mein Barter Deal und dann könnt ihr das mal nachschlagen. Also da die Vorstellung zu haben, du verdienst Millionen, du kriegst es hinterhergeworfen und vor allem die Vorstellung ist, du musst da keine Zeit reinstecken und du bist zu dumm. Leute, wer Millionen von Followern bekommt, der ist nicht dumm, der ist extrem clever, muss ich dazu sagen. Und das ist eben das Problem, unterm Strich ist sehr viel Neid dabei, sehr viel Neid von Leuten, die es vielleicht auch gerne so machen würden, es aber nicht können, weil sie vielleicht sprachlich nicht so gewandt sind, weil sie, wie ich euch schon gesagt habe, vielleicht ein Radiogesicht haben, aber probiert es mal, vielleicht funktioniert es ja gerade wegen dem Radiogesicht oder weil sie eben auch den Schritt nicht wagen. Jeder hat meinen allerhöchsten Respekt, der diesen Schritt wagt, nicht nur in die normale Selbstständigkeit, sondern auch jeder, der sagt, weißt du was, ich probiere mich da mal aus, ich stelle mich vor die Kamera, gehe in die Öffentlichkeit, jeder kann mich angucken, jeder kann seinen Kommentar dazu abgeben, wie sinnvoll viele Kommentare sind oder nicht, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Macht diesen Schritt, macht ihn und dann werdet ihr sehen, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut ihr reinstecken müsst, damit euch überhaupt jemand sieht, damit ihr überhaupt etwas Sinnvolles präsentieren könnt und dann überlegt, auch darüber hatte ich euch schon das eine oder andere Video gemacht, mit wie viel Hass ihr dann auch umgehen müsst, von genau diesen Leuten, die solche Kommentare hinterfschreiben, die unwissend sind, die neidisch sind und das ist quasi im Kern das, was unterm Strich übrig bleibt. Schade, es gibt einen guten Spruch und den gibt es schon sehr, sehr lange und der ist auch bis heute gültig. Neid, den musst du dir erarbeiten, Mitleid, den bekommst du geschenkt. Tja, ihr Lieben, und genau mit diesem Spruch, den ich heute auch immer noch sehr passend finde, möchte ich dieses Video beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen, schreibt mir gerne mal eure Kommentare, eure Gedanken zum Thema Bettler. Wie seht ihr das, wenn jemand auf der Straße sitzt und sich dafür entschieden hat, dass es sein Leben ist, wolltet ihr mit dem tauschen, nur um zu sagen, hey, da muss ich jetzt nicht mehr arbeiten oder sagt ihr lieber, weißt du was nicht, geh lieber arbeiten, weil ich habe eine gesicherte Zukunft, ich kann mir eben den einen oder anderen, die eine oder andere Sache mehr leisten, ich habe lieber am ersten mein Geld und ich habe eine Sicherheit, ich habe eine Gesundheitsfürsorge, die hat der mit Sicherheit nicht. Wie denkt ihr darüber und seht ihr das tatsächlich auch so? Influencer sind Bettler, was ja im Grunde eigentlich ist eine Beleidigung, eine Herabwürdigung einer Tätigkeit, die viel, viel Herzblut verlangt, viel, viel Eigeninitiative und wo wirklich viel, viel Arbeit hinter steckt. All das, ihr Lieben, schreibt mir gerne unten in die Videokommentare und ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen, für die Zeit, die auch ihr hier investiert habt, um euch anzuhören, welche Meinung ich zu dem Thema habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert an dieser Stelle gerne kostenlos meinen Kanal. Ihr Lieben, in diesem Sinne, bis dahin.